Was bisher geschah. Nordkorea, welches von einem herrschsüchtigen Diktator regiert wird. Am Geburtstag des Diktators überfielen die nordkoreanischen Soldaten die USA. Aus unerklärlichen Gründen scheiterten die Amerikaner bei der Verteidigung ihres Landes. Trotz der Niederlage kämpfen die restlichen Truppen der USA weiter. Ein Team davon ist auf einem der letzten Flugzeugträger der gefallenen Nation stationiert und versuchen nun, ihr Land zu befreien. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Machen Sie schneller, sonst werden wir noch entdeckt. Ja, ja, ich brauche noch einen Moment. Ich muss das Ding hier umstellen. Ich weiß nicht, wann diese Fahrzeuge auftauchen. Und daher muss die anders gezündet werden. Was? Wir müssen die bei der Hand zünden? Was? Wie sollen wir da entkommen? Wie haben Sie sich das vorgestellt? Jemand muss die Bombe zünden. Okay, erklären Sie mir, wie lange ich genau Zeit habe, um von der Bombe zu flüchten. Von der Zündung bis zur Explosion haben wir ca. 5 Minuten Zeit, um wegzurennen. Ich werde bei Ihnen bleiben und die Bombe selbst zünden. Ich habe mit diesem Schweinegesindel eh noch eine Rechnung offen. Herr Doktor, Ihnen sind ja doch noch Eier gewachsen. Okay, die Bombe ist jetzt soweit fertig. Fahr etwas langsamer. Okay. Hier noch ein Stückchen in den Wald und dann bleib stehen. Und dann bleib stehen. Wo platzieren wir das C4? Direkt an den Pfeilern, dann wird die Brücke ganz sicher zusammenfallen. Bereit? Alles platziert. Sehr gut, dann raus hier und in Deckung. Nun hängt alles von Chris ab. Er schafft das ganz bestimmt. Hoffen wir es. Nächste Woche ist schon der finale World War Teil. Alle Leute sind nur auf Position. Nun warten wir nur noch auf das große Finale. Haut rein. Wir werden nicht vergessen. Und... Bloop!